Prinz Harry hat sich mehrfach zu Netflixes The Crown geäußert und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, ob seiner Meinung nach in der Serie etwas Wahres steckt. Hier finden Sie alle Male, in denen der Prinz über die Show gesprochen hat.Prinz Harry war von allen Royals der lautstärkste, wenn es um das Netflix-Königs-Drama The Crown ging. Die sechste und letzte Staffel der Erfolgsserie wird in zwei Teilen erscheinen, wobei der erste am 16. November und der zweite am 14. Dezember erscheint. Der erste Teil soll die letzten Monate im Leben von Prinzessin Deiner sowie die verheerenden Auswirkungen ihres Todes auf die Familie und die Welt behandeln, während sich der zweite Teil auf das Leben der verstorbenen Königin konzentriert, Während sie sich ihrem goldenen Jubiläum näherte, die Hochzeit von Charles und Camilla sowie die blühende Romanze von William und Kate Der jüngere Sohn von König Charles und seine Frau gaben 2020 ihre königlichen Pflichten auf und machten anschließend einen Vertrag mit Netflix über die Produktion von Projekten. Doch der König wurde kürzlich wegen seiner Verbindung mit dem Streaming-Dienst kritisiert und einige Leute beschuldigten ihn, seine Familie zu verraten. Hier wirft Express einen Blick auf alles, was Prinz Herria über die Krone gesagt hat.